Eieieieiei, komm nun her. Ja komm, ich will erstmal, erste Mal zu der dunklen Echo-Kristalle. Ganz gediegen. Ah, es ist der gleiche Weg, oder? Das ist der gleiche Weg. Warum ist da Wasser? Warum kann ich schwimmen? Ich will nicht schwimmen. Ich hab keinen Bock auf schwimmen, schwimmen ist scheiße. Nein! Gut, da komm ich eh nicht drüber. Okay! Da hab ich jetzt auch schon vier Kisten, die ich jetzt auch noch mit einer anderen Macht auf jeden Fall zerstören muss. Wahrscheinlich mit gelbem Echo. Das heißt, ich brauch mal eine gelbe Echo-Stelle nochmal, was ist das denn? Wow! Ein Beleuchtungsstein. Mir wird hier so unfassbar viel fehlen. Oh mein Gott. Das sieht aber geil aus. Das gefällt mir. Ja, schön reingesprungen. Gut, Dennis. So. Hau ab, ey. Ich meine, es sind, dass alle gleichzeitig leuchten. Da gibt es schon auch eine Energiezelle. Nein! Ja. Nein! Jetzt hält er sich nicht fest. Du kleines Arschloch. Ja, hab ich doch schon begriffen. Dankeschön. Aber immerhin respawn die Gegner nicht. Das ist wirklich sehr nett vom Spiel. Ich mag das Geräusch. Die Spinne lebt noch, oder? Das weiß ich, aber... Ist das Wasser? Ja, okay. Das ist Wasser. Das ist... Ach. Guck mal einer an. Oh! Oh, dick! Ich dachte, das explodiert ein bisschen spektakulärer. Ich hab mich ja nie getaut, daneben auf die Fliege. Ah, in die Nase! Oh mein Gott. Ah, Spähfliege. Hallo! Kabusch. Kabuschi. Ich tippe mal. Nein! Der Tipp war nicht schlecht, aber... Ah, egal. Zack. Ich werde das ganze Level eh nochmal durchrennen müssen, wie gesagt. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier weiter, gucken uns dann hinterher mal an, was noch fehlt. Vielleicht ist es ja auch weniger als gedacht. Einen Weg haben wir auf jeden Fall noch. Warum lebst du denn eigentlich schon wieder? Die anderen sind nicht gerießbohrend. Achso, ich hab dich aber gar nicht getötet, für mich. Nein, ich hab dich nur zweimal getroffen. Ha, 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 ha. Stimmt ja. Wer stört mich in meinem Schmuck? Ein Aufzug. Nein! Ja, jetzt seh ich dich doch nicht mehr. Komm bitte. Komm bitte runter noch schnell. So. Nein! Ich dachte, ich könnte da wenigstens noch rüberlaufen. Was für ein Scheiß. Oh, das ist ein Kacke-Level, ich mag das nicht. Ich bin ja alles vereint. Dunkelheit, ey, Diamond-Death-Kacke. 15 verschiedene Ebenen von oben bis da ganz unten. Also blöde Weggebungen. Ist das denn ein Wort? Wahrscheinlich nicht, ne? Eigentlich würde ich ja schon gerne töten lassen. Ich hab' mich erwischt. Ich hab' nur auf jeden Fall kütisch gehört. Was erwarte ich von dem Level, was Spinnenhöhlen heißt, ne? Bleib an! Das ist ja ein kleines Lückchen. Hui! So. Da wär's mir fast schon wieder passiert. Natürlich rächen wir damit, dass man da drüberlaufen kann. So, klar. Also über diese fallenden Plattformen gedöhnt ist. Ah, das ist auch noch eine weitere Energiezelle hervorragend. So. Leck mich. Wahrscheinlich komme ich jetzt mit dem Aufzug komplett raus und bin wieder in dem Lava gedöhnt. Was mir jetzt erstmal nicht weiterhilft. Aber, gut. Ah, ich komme runter. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ei, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, es geht. Es geht doch tiefer. Doch nicht tiefer. Bis jetzt wieder anfangen? Okay, ja geil. Dann ist gut. Dann habe ich nichts falsch gemacht. Dann war das sogar ein optionaler Weg. Hervorragend. Habe ich nicht mit gerechnet. Ah, okay. Das ist doch dumm. Zu dumm, dumm. Und so, da oben war ich schon. Ich kann jetzt eigentlich getrost zurückgehen. Ah, jetzt habe ich... Ja, okay. Ich hätte es doch kriegen können, die Plattform. Aber jetzt kann ich mich auf jeden Fall wieder so einigermaßen nachvollziehen, warum ich damals solche schönen Erinnerungen an das ganze Lava gedöhnt hatte. Hä? Was? Wie? Was? Warum bin ich jetzt schon wieder hier? Wo hat er mich gespawnt? Hätte ich einfach nur umdrehen müssen. Ja, so wie es aussieht, ist das so... Okay. Ja. Ist das schlecht, Alter. Ja, egal. Guck. So, ich brauche gelbes, gelbes Kaputtmachen-Zeug. Genau, die ich brauche. Jetzt aber Hurtik rüber. Hurtik rüber. Ich muss die Kiste kaputt machen. Die kaputt machen. Nachrennen. So, dankeschön. Das war jetzt wichtig für die Moral. Nochmal sechs mehr. Frage ist nur noch, wie viel fehlt uns jetzt noch. Aber da fehlt bestimmt noch einiges. Ich glaube, da steckt noch ordentlich Futter drin. Also, da müssen wir mal gucken. Ich habe hier relativ viele Möglichkeiten auch tatsächlich, äh, gelbes Eko zu beziehen. Ich überlege nämlich gerade, weil die Kiste in dem Lava-Gebiet, also in der Overworld, nenne ich es jetzt mal, die war ja direkt vor dem Eingang der Spinnenhöhle. Entschuldigung, aber... Einmal kurz räuspern. Und eventuell besteht dann die Möglichkeit, dass ich da noch ein bisschen gelbes Eko mit rausschmuggeln kann und ich damit dann die Kiste kaputt machen kann, wo dann vielleicht die letzte Energiezelle ist. Wo die mir jetzt noch nicht bekannt ist. Achso. Ach ja. Hier war ja genau auch... Da brauche ich ja auch gelbes Eko, stimmt. So, wo ist die nächste Quelle? Ich brauche Quelle. Ich brauche Schuße. Hier muss ja irgendwo etwas sein, verflucht für mich. Das kann nicht die nächste sein. Oder? Ja, wir versuchen es mal mit dem. Döö. Ich wäre jetzt auch nicht den allerschnellsten Weg gegangen gerade. Jetzt war es natürlich auch super clever. Okay, das scheint aber zu funktionieren. Wo sind die Kisten? Da ist die Kiste. So, geht doch. Siehste. Wunderbar. Gut, dann können wir jetzt... Ich habe gleich den falschen Stoff gedrückt. Scheiße. Nee, guck mal jetzt hier ohne. Das kristallig mal komplett. Naja. Bleib geschmeidig. Das war doch mal eine schöne Explosion. Unter Wasser war die nicht so spektakulär. Boi-oing. Boi-oing. Und boi-oing-oing-oing-oing-oing-oing-oing-oing. Was ist das? Was ist das da hinten vor allem? Ist das ein Bösewicht oder mag der mich? Ein Bergbauarbeiter. Total Recall. Oh, nee. Ich möchte mich mit dir nicht anlegen. Du hast ein böses Werkzeug da. Schein egal. Ach, was. Hehehe. Was? Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Äh. Oh, danke. Wie kriege ich euch denn kaputt? Ohne zu schießen. Äh. Okay. Oh, was ist das da hinten vor allem? Ist das Eier? Alter, was ist hier los? Jetzt geht das Level ja jetzt richtig los. Oh mein Gott. Ich sag, es wird ein langes Level. Oh mein Gott. Aber damit hab ich jetzt auch nicht gerechnet. Sollen wir erstmal hier lang gehen? Ne. Kein Fall. Jetzt gucken wir uns jetzt mal hier unten erstmal rum. Aber unten scheint jetzt nichts allzu viel zu geben. Wollen wir noch weiter? Ne. Da wartet nur der Tod auf uns. Da auch. Ja, wo unten könnte vielleicht nochmal irgendwo eine Plattform versteckt sein, wo nochmal was ist. Blaus Ego. Okay. Ah, guck mal, was ist denn da unten? Wir haben aber vorerst einmal mit, oder? Wo bringt mich das denn jetzt hin? Ja, können wir versuchen es doch einfach mal, ne? Bin ich schon touriert und bin ich ja auch langweilig. Wow. Okay. Ach du Scheiße. Muss ich ja gut sein. Ähm. Nein. Okay. Ist ja okay so. Ja, okay. Gut. Hat funktioniert. Bin überrascht. Aber was war da jetzt? War da jetzt alles, oder gab's... Nein! Okay, genau. Da wollte ich eigentlich auch hin. Ne, aber... Oh, doch. Oh, doch. Oh, pssch. Ne, ne. Da muss ich nochmal hin. Ne, gibt's ja Lammstiesel. Nicht! Du sollst dich irgendwo festhalten. Ochse. Hallo! So. Hipp. Ne, ne, ne. Hipp. Und ali, hoppa. Ha! Zugegebenermaßen mich selbst etwas überrascht, dass ich den Sprung geschafft habe, aber... Ist ja egal. So, eine Energiezelle mehr. Heft gut wagend. Uuuuuh. Du fährst aber wieder hoch, oder? Ich würd gern... Dankeschön. Das ist nett. Ja, gut, komm. Wir fangen einfach dann doch runter. Besser ist das. Aber wie krieg ich die Lurker kaputt? Also die... Die... Bergbau... Bergarbeiter... Lurker. Bergablurker. Ich kriegst das... Ah, mit dem Schlag in der Fress. Also von hinten. In der Fress. Also in den Rücken. Ah! Es ist nicht dein Ernst. Jetzt mal ohne Scheiß. Du hast mich verletzt, weil du quasi umgegriffen hast. Das ist aber richtig schlecht, oder? Naja, das ist richtig schlecht. Hallo! Hallo! So. Okay. Jetzt will... Hauptsache, wir wissen erst mal, wie die kaputt gehen. Okay, da kann man die, glaube ich, sogar töten, wie man so möchte hinterher. Also... Man muss jetzt nicht unbedingt schla... Oh mein Gott! Was ist denn da los? Das sieht interessant aus. Darf ich hin? Ah, und da hast du gelbes Eko. Sehr gut. Ich hole jetzt mal so hoch und friss. Ich wusste, ich treffe dich nicht. Und mache alles fertig, denn. Oh, es gibt schön viele Precursor-Orbs. Wunderwärchen. Aber ich habe da gerade eine Plattform gesehen, oder? Kann das sein? Habe ich hier vielleicht auch nur eingebildet. So, wunderbar. Komm ich von hier so weiter nach oben? Ich hoffe es mal ganz stark. Das war jetzt ziemlich riskant von mir. Alter. Okay, ich habe nur gedacht. Alter, ist das schmal. Hör auf damit. Ah, aber hier. Komm mal runter. Okay, das habe ich nicht gesehen, dass es mich tötet. Leben sie alle. Natürlich leben sie alle wieder. Es wäre ja auch sonst langweilig. Kann ich ja verstehen. Okay, da brauche ich auch immer ein gelbes Echo. Komm, verzupf dich. Mach weg, das Zeug. Dankeschön. Verforms. Geh weg mit deine Kram. Achso, warum bin ich denn eigentlich so blöd? Ich kann mir das doch mitnehmen, das gelbe Echo. Dann mach es mir doch einfach einfacher. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ab. Gut, nach unten. Den werde ich, glaube ich, trotzdem noch mal gehen. Ich bin da gar nicht ganz sicher. Bums. Ich glaube, wir gehen erst mal... Ja, komm, wir gehen erst mal hier lang. Uah, ei, ei, ei. Weg, 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 weg. Wie habe ich denn davon jetzt eigentlich mittlerweile? Eine fehlt noch, okay. Ja, siehste, nach unten muss ich mich noch mal hin. So. Hehehehehe. Ha, he, 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 he. Wofürst du, entschließt du dich auch wieder? Wollte gerade sagen, das Ding bleibt mir jetzt nicht ernsthaft offen, oder? Nein! Brr. Wo ist der Aufzug? Komm, jetzt runter, hier. Ich weiß, dass du runterkommst. Dankeschön, geht doch. Lali, lali, los. So, ich glaube, aber hier sind wir jetzt fertig auf der Etage. Denke ich mal. Das Eis wird können in einen Höher. Oder halt tiefer jetzt zuerst. Okay.